Guten Morgen. Morgen Heidi. Guten Morgen. Dienstag früh, kurz vor acht. Jetzt geht es auf über den Tegeler See, die Oberhafe runter bis zur Schleuse Spandau und dann die mittlere Harfe am Wannsee vorbei bis nach Botsdam und dort fahren wir linksrum in den Landwehrkanal. Aber nun machen wir erstmal so langsam hier los. Los geht's los. Ich habe gestern noch nicht aufgeschrieben, dass wir ausgegeben haben. Können wir nachher noch nachholen. Kamera ist aus? Nein, die läuft noch. Okay. Wenn ich mal rausgehen, da hinten die eine Leine schon los machen, die hier kleine haben ein Schwerwort. Ah, muss da nicht raus. Kannst da hinten rauf schauen. Ja, gut. Ne, nimm mal die Vorleine. Als erstes. Immer ich als erstes. ich dachte, dass wir sagen. Hm, nicht oft die dritten Jahre. Deswegen gehen dabei. Da hat mich einfach gut. Ich werde mich auf dich auf die Welt ab. Ich werde mich an, du dich auf dich. Ich würde mich einfach schön. use ich nicht zu. Ich werde mich so viel Zeit. Nicht so doll ziehen, fallen das ein bisschen. Die Fläcke ist in der Nähe, die sich in der Nähe. Bitte was? Ja, ja, kann alles rein. Ja, ja, kann alles rein. So, nun jetzt los. Hier voraus sehen wir das Strandbad Tegel oder genau genommen das ehemalige Strandbad Tegel, das ist nicht mehr in Betrieb. Ich glaube, nach der Maueröffnung wurde das irgendwann stillgelegt, weil es genug Badeschwellen auch im Bereich vom ehemaligen DDR-Gebiet gab. Aber als junger Mensch, als Student bin ich da noch häufig baden gewesen. Da habe ich in Rheiningendorf gewohnt. Ich dachte, das war so bequeme Fahrrad entfernt. Das war's. 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 craig. Die". Die. 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 Voraus ist die Spandauer Altstadt. Doch, die Lampe kann die Schleuse schon sein. Und an Backbord voraus sehen wir schon die Schleuse spannender. Die Schleuse sind die Schleuse. 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 Die Schleuse sind die Schleuse, die Schleuse sind die Schleuse. Es ist ein Zeitraffer auf und wir fahren jetzt praktisch mitten zwischen Spandau und Charlottenburg durch. Auf der linken Seite haben wir Charlottenburg, auf der rechten Seite Spandau. Ich glaube, die Havel trennt das hier. Wir fahren aber nicht in die Innenstadt. Das machen wir erst auf der Rückfahrt, sondern wir bleiben auf der Havel am Grunewald entlang. Und fliegen dann über Potsdam in den Kettokanal ein. So, den städtischen Bereich der Havel, wenn man das so nennen kann, haben wir jetzt verlassen. Das heißt, wir kommen jetzt langsam runter in die mittlere Havelseen. Und, boah, ich weiß gar nicht, ob die den Namen haben. Das ist erst mal die untere Havel, die dann kommt. Und große Fenster und anschließend dann zur Linie von den Rangsee. Dann fahren wir nach Fauninsel vorbei. Und das ist schon jetzt ein bisschen. Das ist dann toll. Das ist dann nicht so. Musik 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 Jetzt sind wir noch auf der Havel und den Havelseen unterwegs und wir haben jetzt zur Linken gerade den Grunewaldturm passiert. Den sieht man dort. Dieser Turm wurde früher benutzt als Feuerbeobachtungsturm bzw. Waldbrandalarmturm sozusagen. Ist heute ein schöner Aussichtsturm. Ich weiß nicht, ob man da noch raus kann, aber wenn man in der Nähe ist, einmal hochgucken, man kann über den ganzen Grunewald gucken und über die ganze Havel. Musik Wir sind jetzt weiter auf der Havel logischerweise unterwegs. Da sehen wir den Fernmeldeturm am Schäferberg. Und am Badbord oder zur Linken passieren wir gerade den großen Wannensee mit dem, vielleicht haben wir den Strandbad Wannensee. Normalerweise ist am Wochenende bei so einem Wetter hier Vollhaus, was Segel da betrifft. Aber wir haben ja noch Dienstagvormittag, da passiert ja nichts. So und hinter uns haben wir gerade an Backbord gelassen die Halbinsel Schwanwerder. Das war mal vor dem Mauerfall, ja, Insel der Reichen und Schönen aus West-Berlin sozusagen und bis 45 Insel der Nazi-Ponzen. Hier vor uns sehen wir jetzt die Fauninsel. Da geht eine Fähre rüber. Da ist ein Schloss, wenn wir nicht recht sind, auch irgendwo zu Friedrichszeiten gebaut. Ein Schlösschen. Da fahren wir zwischen Fauninsel und Moorlage durch. Ja, halt nicht, wenn die Fähre gerade kommt. Ein Boot darf man dann nicht anlegen an der Fauninsel. Das ist ausschließlich für die Fähre. Das war's. Da gehen, hallo! Das ist ausschließlich für die Fähre. Das ist die Fähre als Säger. Das ist die Fähre. Die Fähre. Das ist die Fähre als Säger. So mit der Fähre als Säger. Da ist ein Fähre. Das ist die Fähre als Säger. Hier an Backbad auf der linken Seite, hinter der Fauninsel direkt, haben wir jetzt die Nikolaikirche oder Nikolskirche. Nikolaikirche heißt sie. Die ist mehr oder weniger das ganze Jahr ausgebucht zu allen Hochzeitveranstaltungen. Sehr beliebt, mitten im Wald gelegen, idyllisch, mit Blick hier auf die Havel. So, Blick hinten raus, eröffnet uns jetzt den Blick auf das Schlösschen auf der Fauninsel, das ist das Jagdschloss dort. Bis zum nächsten Mal. So, ein bisschen habe ich Quatsch erzählt, hier geht es noch gar nicht in den Teltow-Kanal, wir müssen ja erst noch durch den Griebnetsee und gehen dann am Ende des Griebnetsees in den Teltow-Kanal. Was ist das da oben? Ist aber eine schöne Strecke. So, das Heizwerk ist hier auf der linken Seite ein Stückchen weiter. Das oben, ich weiß nicht, Gartengebäude oder irgendwas von Saint-Sauci und jetzt geht es wirklich in enge Durchfahrt zum Griebnetsee. Und dann durch den, durch so einen kleinen Bandensee zum Teltow-Kanal. Jetzt sind wir im Griebnetsee oder auf dem Griebnetsee. Der rein technisch gesehen zum Teltow-Kanal gehört, also Kilometrierung bis hier auch aus dem Teltow-Kanal. Und wir fahren jetzt zur Abwechslung mal berghoch. Deshalb haben wir die grünen Tonnen jetzt am Steuerbord. Und wir bleiben in diesem Fahrwasser auch, wenn wir nachher rechts rein in den Teltow-Kanal fahren, also den Teltow-Kanal weiter. Da geht es nachher links in den kleinen Wannsee und man könnte dann die Schleife komplett machen, wieder über den großen Wannsee auf die Hasel kommen. Hier vor uns geht es jetzt geradeaus Richtung kleinen Wannsee und rechts um die Ecke in den Teltow-Kanal. Wenn man in den kleinen Wannsee will, muss man hier Zeiten beachten, weil die Durchfahrt immer nur zu bestimmten Uhrzeiten in die eine und zur anderen in die andere Richtung ist, geöffnet ist. Und ich denke mal, die Schiffe, die da vorne liegen, die warten drauf, dass sie da durch dürfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 So, wir kommen jetzt an die Schleuse Klein-Machno. Da liegen schon zwei Boote am Wartesteig. Drei, vier, wir schauen mal. Dann müssen wir mal schauen, wie wir jetzt warten müssen und wo wir uns dahin legen. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir das machen können. Bis zum nächsten Mal. So, das war jetzt ein stolz kleinen Machno mit einigem Palawa. Ja, Heidi muss gerade mal einen Kurs korrigieren. Wir driften etwas ab. Ich habe nicht aufgepasst. Mit einigem Palawa der Motorbootfahrer. Ja, gucken wir mal, ob das auf der Kamera noch rüber auf dem Film noch zu sehen ist. Und das ist jetzt der Blick nach hinten raus. Wir fahren natürlich andersrum nach vorne in Richtung Tempelhofer Hafen. Dieser typische Bau mit den drei Türmen ist das Kohlekraftwerk Lichterfelde. Das ist, soweit ich weiß, nicht mehr in Betrieb. Und da wurde früher Kohle hier über den Teltokanal angeliefert. Hier passieren wir gerade das ehemalige Klinikum Steglitz. Heißt inzwischen Franklin Klinikum, soweit ich weiß. Und ja, gehört im Grund weitesten Sinne zur Humboldt-Uni. Jemals Freien Uni und ist jetzt meines Wissens Teil der Humboldt-Uni. Also der Ausbildungsteil. Das ist, soweit ich weiß, nicht mehr in Betrieb. Das ist, soweit ich weiß, nicht mehr in Betrieb. Das ist, soweit ich weiß, nicht mehr in Betrieb. So, wir sind im Hafen Tempelhof angekommen. Machen wir einmal einen Rundumblick hier. Und Heidi hat schon mal serviert. Basmus und Neptun haben ihren Schluck bekommen und jetzt gibt es für uns den Anlegeschluck. Auch am Teglerhafen gibt es eine Abendstimmung. Wenn die auch ein bisschen anders ist als in manchen anderen Häfen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017